Das ist der einzige zugängliche Raum in diesem Flügel. Nebenan ist fest verschlossen und alle anderen Zimmer sind völlig abbruchsreif. Das war doch gerade der Flur, den wir im Intro gesehen haben, oder? Zumindest sah er so aus. Der Stoff ist recht grob und alt. Im Laufe der Jahre ist er steif geworden. Okay. Ein großer Spiegel ist hier in die Wand eingelassen. Ganz schön aufwendig für einen einfachen Spiegel. Damit hat es doch bestimmt irgendwas auf sich. Der Spiegel ist sehr üppig mit Verzierungen umrandet. Und hier unten am Spiegel scheint irgendein Mechanismus angebracht zu sein. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich glaube, irgendwas fehlt hier. Okay, was haben wir denn eigentlich alles dabei? Achso, hm. Da fehlt auf jeden Fall irgendetwas Kleines. Eine Kugel oder so, die in dieses Loch reinpasst. Okay, eine Kugel haben wir nicht, ne? Ne, wir haben das Medaillon, aber das wird ja nicht... Da fehlt auf jeden Fall... Ja, das wird ja nicht funktionieren. Noch so ein alter Schinken, wie sie hier überall hängen. Eine Frau mit starrem Gesicht und toten Augen. Im Kamin brannte schon ewig kein Feuer mehr. Auf dem Boden liegt noch ein wenig weiße Asche, aber keine Holzreste. Okay. Holzplättchen? Hier liegt ein kleines Holzplättchen. Aha. Sieht aus, als würde es zu irgendeinem Spiel gehören. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal gesehen. Auf die Rückseite hat jemand mit einem Stift Ralph geschrieben. Ah, okay. Ein Teil von einem Kinderspiel. Vorne ist ein Tierkopf und hinten steht Ralph. Vielleicht sollten wir dem Ralph mal wieder einen Besuch abstatten. Ach. Äh, Akademie. Da kommen wir nicht hin. Wir kommen nur zum Leuchtturm, aber wir können doch auch von hier aus da rüber, oder? Jo, das funktioniert sogar. Und er spielt immer noch auf der Flöte. Nicht gerade das, was man ein behagliches Zuhause nennen würde. Ja, ich wollte mit ihm sprechen. Also er flötet und klatscht immer noch. Hallo? Ralph? Hallo, Darren. Hallo. Ralph, ich habe hier etwas und frage mich, ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Äh, sowas habe ich auch. Hier, schau mal. Ein Schiebespiel. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ja? Ist es deins? Eine nette Frau hat es mir gegeben. Eine Frau? Ja, ich konnte sie nicht erkennen. Aber Mr. Bubby sagt, sie ist eine Heilige. Interessant. Mr. Bubby meint, du kannst es haben. Es ist eh kaputt. Oh, Dankeschön. Das ist sehr nett von Mr. Bubby. Vielen Dank. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Tschüss. Okay, dann wollen wir das doch mal... Äh, nein. Darren, stopp. Hallo. Sollst du es einfach nur einsetzen. Aha. Aha. Okay, ein Rätsel. Ist das sowas wie Mastermind? Ja, ne? In dieser Reihe müssen zwei Silberne sein. Hier müssen nur Goldene sein. Sehe ich das richtig? Moment, wir haben... Also diese Reihe hier ist ja relativ einfach. Ja, soviel zum Thema. Relativ einfach. So. Hier müssen vier Goldene. Hier müssen zwei Goldene und dann auch zwei Silberne. Vielleicht sollte ich erst die obere Reihe machen. Hier muss ein Silberner. Also die Reihe ist klar. Dann müsste hier... Ein Goldener, zwei Silberne und hier ist ja dann sowieso frei. Und hier haben wir dann... Silber, Silber, Gold, Gold. Und dann ist hier oben... Ah, Moment. Dann ist hier oben nur Silber. Oh Gott, das kann jetzt was werden. So, wir haben hier nur Silber und müssten dann... Gold... Silber... Dann müsste da nachher noch ein Silberner hin. Also hier hätten wir Gold, Silber... Ähm, hier logischerweise auch Silber. Und hier wieder Gold. Ich hoffe, ich verstehe das Ganze hier jetzt richtig. So. Den da hin. Ein... Drei Silberne. Dann müsste hier aber... Ach, okay. Hier muss der Silberne hin. Shit. Silber. Gold. Ah! Die Kugel ist draußen. Mal sehen, was sich damit anfangen lässt. Ach, das war's jetzt schon cool. Können wir direkt wieder zurück, oder? Während der Ralph im Hintergrund so wunderschön auf der Flöte spielt. Auf seiner Flöte. So. Eine kleine Metallkugel. Ich kann nichts Besonderes feststellen, außer, dass sie ziemlich schwer für ihre Größe ist. Na dann, setzen wir die doch einfach in den Mechanismus ein. Hier kommt wahrscheinlich direkt das nächste Rätsel. Äh, passt. Die kleine Kugel rollt über den äußeren Kreis. Jetzt muss ich irgendwas einstellen. Ich schätze, sie soll in die Mitte. Aha. Na, dann schauen wir mal. Äh, was? Oh. Ah, sowas kann ich überhaupt nicht. Nee. Aha. Oh, sowas kann ich wirklich gar nicht. Glaube ich. Okay, da rollt sie wieder raus. Oh Gott. Stopp. Stopp. Kann ich die doch irgendwie nochmal anhalten? Sieht das gut aus? Nein, ich glaube nicht, ne? Oh, nee. Sowas ist gar nichts für mich. Also, Moment. Sie läuft da rum. Oh, shit. Ich kann mich auch nicht. Okay, das ist dieser Ring. Aber wie kriege ich den... Ah. Jetzt lassen wir sie einmal rumlaufen. Da wieder rein. Ah, Mist. Mist. Moment. Äh, komm schon, komm schon. Ja! Jawohl. Geschafft. Cool. Aha. Der Spiegel ist eigentlich eine Geheimtür. Oha. Und ich habe zwei Rätsel in so kurzer Zeit gelöst. Ohau. Man kann nicht die geringste Spur von Zerstörung sehen. Das Zimmer ist sogar eins der gepflegtesten, die ich im ganzen Schloss gesehen habe. Ja, das habe ich vorhin schon... Sieht aus wie ein Kinderzimmer in einem alten Film. Ein Mädchenzimmer. Sieh an. Hier liegen ja noch mehr kleine Kugeln. Ich hatte mich schon gewundert. Aha. Heißt das, jeder, der hier rein will, muss erst die Kugel einsetzen und dann das Rätsel lösen? Nur eine weitere Tür, die mich nicht aufhalten wird. Auch diese Fenster führen in den Innenhof, genau wie im Spiegelraum drüben. Man kann beide Räume nicht sehen, wenn man außen vor dem Schloss steht. Und es ist ja echt verwunderlich, wenn man bedenkt, dass alle gesagt haben, hier hat der große Brand gewütet und man hat es einfach so gelassen, wie es ist. Das stimmt ja wohl nicht. Wurde ja anscheinend doch restauriert. Eine Spieluhr aus Porzellan. Oh. Und darunter das dritte Mosaikstück. Yeah. Cool. Wir brauchen aber vier, oder? Ich glaube, wir brauchen vier. Diese Melodie. Oh. Ich glaube, wir brauchen vier. Ich glaube, wir brauchen vier. Adrian. Adrian. Wach auf. Wer? Dein Vater hatte sich sehr verändert. Es hat ihn vergiftet. Es hat seine dunkle Seite hervorgebracht. ihn in den Wahnsinn getrieben. Es hat mich verbrannt. Na? Ich war schwanger. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht mehr leben. Und er hoffte verstehen zu können, wie es zu all dem kommen konnte. Alter. Alter. Ja. Die Angelina. Ja. 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 Die Angelina. Ja. 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 Die Köchin, die versucht hatte, mich aus den Flammen zu ziehen und das mit ihrer Gesundheit bezahlte, nahm dich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass ich dein Verhalten in den Staaten normalisierte. Du meinst, dieses Schloss hat mich krank gemacht? In den Wahnsinn getrieben? Die Leute hier glauben an einen Fluch, der auf den männlichen Gordons lastet. Vielleicht lautet der Fluch, dass sie sich selber ins Unglück stürzen, solange sie hier leben. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum er sich jetzt nicht daran erinnert. Ich meine, er kann ja kein Baby gewesen sein, er hat seine Schwester die Treppe runtergestoßen, Also schätze ich, drei, vier oder so wird er ja gewesen sein. Vielleicht auch älter, fünf. Warum kann er sich daran nicht erinnern? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wenn ja, dann schreibt mir das mir bitte, wenn ich hier irgendwas gerade übersehe. Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein. Wir erfuhren erst durch Miss Welle, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske. Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales, in Elianors altes Schloss. Miss Welle war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben wie ich miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, Elianor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Welle zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic, Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Ich weiß. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Unmöglich. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von ihr fortbringen müssen. Ich glaub ja immer noch nicht daran, dass sie tot ist. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut. Deswegen müssen wir dich fortschaffen. Und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens. Musst du um deiner Selbstwillen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich. Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen. Und vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst, ich sehe Dinge, die gar nicht da sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen zwölfjährigen Jungen abzuschlachten. Also gut. Ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Ich? Es ist... Es ist alles zu viel. Das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden. Und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Mom. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Sie wissen es also, Master Adrian? Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglückstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valle und die anderen zu informieren. Aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis... Nun ja, Verstärkung ein Treffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für Sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja, ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss? Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. Wow, das war jetzt echt ganz schön viel in den letzten Minuten. Jetzt ist die ganze Wahrheit auf den Tisch gelegt worden. Heftig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.